hallo liebe schlagzeuger hier matthias aus görlitz musikschule time to groove ja heute ist wieder mal time to wilcoxon ich spiele für euch wilcoxon solis oder stelle euch die vor wir fangen heute langsam an solo nummer 5 in 45 bpm viel viertel takt ich habe 16 eingestellt so 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 Das war's. Soviel jetzt mal langsam zum mitlesen. Nächstes Mal geht's dann schon ein bisschen schneller. Viel Spaß. Bis bald. Herr Matthias. Ciao. Herr Matthias.